... Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare. Munition? Warum nicht? Was haben wir denn hier? Spitz. Ähm... Ähm... M19, X16... Ja, ja, ich hab schon. Okay. Verbergen. Alles klar. Gib mal noch ein paar Granaten und so. Soll'n das? Ja. Hoffentlich. Na gut. Ja, töten, das können wir. Reicht aber auch. Okay. Alles klar. Okay, okay. Mach auf. Ja, ist ja gut. Gut. Ich könnte was mit mehr Durchschlagskraft gebrauchen. Okay, geht los. Alles klar, Chef. Oh Mann. Okay. Gut. Alles klar. Oh. What? Alter, das ging schnell. Okay, 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 okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fress scheiße. Nein, ich bin noch hinterher auf dem Weg zu ihm. Entspann dich. Was hat... Ii. Das Ding will ich. Hab ihn. Was hat er... Jo, das ist doch besser. Alter. Alter. Alles klar. Okay, Nikolai. Alter. Oh. Alter. Granate. Oh. Okay, wir machen das. Wir kriegen ihn. Ich muss nachladen. Oh, guck mal her. Wo ist er. Oh, bin auf dem Weg. Beweg dich nicht. Bleib liegen. Oh, da ist er. Jo. Jo. Weiter. Hör mal auf, mit zu schicken. Boah. Was war denn nun? Nein. Äh. Muss ich denn lang? Hier. Puff. Hehehe. Hehehe. Ja, was. Echt? Los, lad nach die Hütte. Was? Ich verschaffe von Zeit. Boah. Alter. Okay. Wir sollten jetzt die Waffe wechseln. So, der hat aber gesessen. Warte mal. Lade die Hütte mal nach. Jawohl. Warte. Jo. Wo? Für die Chemikalien. In deinem russen Arsch. Hahaha. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Käpt'n. Du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SIS? Hä? Und du? Sergeant? Hey, ich halte deinen Kopf an. Sir, der verdammte Penner. Sie müssen den Bastard brechen, Käpt'n. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Käpt'n. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bringe es her. Was ist denn? Okay. Wir holen mal das Paket. Russisch-Polizei. Ja, was? Okay, wir machen auf. Wow. Nikolai? Bist du dir da sicher? Alter. Na gut, dann kommt mal mit. Komm mit! Wir tun dir auch nichts. Genau. Wir tun dir nichts. Keine Sorge. Ja, macht euch keine Sorgen. Das wissen wir. Wirst du gleich mitkriegen. Ja. Befreund. Bin ich dabei? Sind wir dabei? Wir sind dabei. Okay. Machen wir. Jetzt kriegen wir dich. Alles klar. Price. Kein Ding. Na, Arschloch. Echt mal. Wir haben kein von den Kindern weh zu tun. Es ist doch so kalt. Keins als Maul. Was hast du getan? Ich sagte, du hast uns genaßt heute. Käpt'n, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolte. Was werden sie uns antun? Bäh, 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 bäh. Hast du gerade gesagt? Okay. Schönes Spielzeug. Nein. Was? Bist du sicher? Oh, nein. Na. Bist du sicher? Dich nicht. Deine Frau oder dein Sohn? Scheide dich. Na, los. Töte mich. Und dir will ich lieb. Hä, hä, hä. Hä. Uh, cool. Gib, 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 gib. Ja. Können wir nicht. Ja. Können wir nicht. Das hätte ich gemacht. Mann, ey. Willst du leer? Toll. Na gut. Na gut. 77, ver. Maid. Seine. Nice. Hey, Kontrollpunkt für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. Drei Sekunden? Das ist reichlich Zeit. Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen, passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Als arm Geisel. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Keil. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Keil. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt such er dir, bevor er Barkov killt. Oh, ich bleib dran. Alles klar. So. Einmal umschalten, dass ihr auch was seht. Ja. Ja, kann gut möglich sein. Okay. Darf man ganz aushalten? Ausgehen, meine ich. Kommt mir das denn so vor? Oder ist das wirklich scheiße leise? Ja, habe ich gehört. Okay. Okay. Was ist denn los? Warum nicht? Hä? Ich ziele zwei, drei, vier. Vier Stück? Okay, okay, okay. Na gut. Ich folge dir preis. Ist zu. Achso. Hoppla. Der Räumt hier allein auf, der Alte. Ja, dann. So, haben wir. Wartet mal kurz. Äh, Audio. Effekt Dialoge. Effekt Lautstärke. Nee, Lautstärke. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Aua. Nee, das ist ein Bett zu laut. So. Jetzt aber. Sollte besser sein. Ich weiß nicht, warum ich das runtergestellt hatte. Ich hab keine Ahnung. Hoppla. Blick auf Marcos Anwesend. Siehst du an. Ja, mach ich. Das haben wir im Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. Abseilen. Na dann, würde ich sagen, sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Das heißt, wir seilen uns ab. Und bis dahin, haut rein. Auf Wiedersehen. Und ciao. Auf Wiedersehen.